Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde hier zurück zu einer neuen Folge der Daisy Standalone. Ich bin heute in Beresino unterwegs zusammen mit Konak, Buschi und Marco. Und ja, wir haben ein bisschen Action in Beru und ich wünsche euch viel Spaß mit den nachfolgenden Minuten. Wenn ich noch mehr Unterstützung hätte, könnte man es probieren. Servicevoll. Ich bin direkt bei meinem Haus. Okay. Ich bin auf dem Weg. Ich habe einen SKS für dich, ne? Für mich? Ja. Okay. Mit 20 Schuss. Ja, guck mal, guck mal, was jetzt eine unwirkliche Sache ist. Ob jetzt noch wirklich einer vom Haus steht oder nicht, Konak? Ich kann mal hinlaufen, ich kann mal anklopfen. Nein, du klopst nicht an. Du redest einfach mal hin und guckst, ob einer noch vor der Tür draußen steht. Ja, ich sehe die Tür vorne, also da steht, wie gesagt, da liegen zwei Leichen, eine steht. Aber, Bus, wer hat da geschossen? Ich. Ich glaube, ich habe einen Down. Ich glaube, ich habe einen Down. Wo ist die Armee, nö, also. Ich finde wirklich nichts. Dass meine Forderung da minimal ist, dass einfach mal wer kommt. Ja, sorry, wenn der Server voll ist, kann ich nicht joinen. Ja, ich habe das schon verstanden. Warte schon lange. Also, die Tür ist zu. Ja, ich glaube, ich habe einen gemacht. Kann ich das Haus rein? Hm. Ich sehe, ich sehe von oben was. Äh. Ich meine, ich hätte da drin eingemacht mit Kopfschuss. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Der ging dann in die Knie. Kann ich mal die Tür unten aufmachen, oder? Ja, mach mal, mach mal. Das wäre gut. Nur wenn du sicher bist, dass draußen keiner ist, der dich da abschießt. Einer steht da auf der Treppe, ne? Wer hast du jetzt aufgemacht? Schießt du mit Schally? Ja. Auf was? Infos? Auf der Treppe stand einer mit der Waffe. Ja. Aber ich glaube, der ist auch da. War der schon da, bevor du geschossen hast? Okay. Der hat sich keinen Meter bewegt. Und da ist jetzt noch wer da drin. Ah, ich sehe wen. Wow! Okay, jetzt wissen wir, wo ich stehe. Zum bisschen Hausrennen, was? Bist du das? Bist du bei mir? Ja, bist du bei mir? Ja, bist du bei mir das Haus? Sag doch einfach nicht, ja. Wenn ich bei mir das Haus frage. Ich muss meine Posi wechseln, den wissen jetzt, wo ich bin. Soll ich Terror-Bombi mit FNX machen? Soll es einfach irgendwann heute nochmal kommen. Oh, wer ist das? Das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ja, das seid ihr alle, ne? Ja, ich sehe ein und zwei. Ich schäune auf der Treppe, ist das okay? Ja. Oder will ich nicht der? Ja, ich gehe Schuhle rein. Spawning in 10 seconds. Stefan, geh mal. Nicht Stefan. Uschi, du kommst zu mir, ich gebe dir die SKS. Ja. Okay. Du bist oben in dem Haus, ne? Ja. Ich gehe an mir gerade. Die Essen. Die Essen im Haus. Bin ich ganz oben? Die Essen im Haus. Wo bist du denn? Ich bin jetzt in der Schule. Ich, ich. Bist du an mir vorbeigelaufen eben gerade? Echt? Ja. Ich komme hoch. Okay, okay, warte. Ja, das bin ich. Ich weiß nicht, ob die hier wegwacht. Nee, tut sie nicht. Perfekt. Da liegt noch Züllschuss. Okay, nice. Okay, nice. Das sieht dort aus. Pass auf, meint ihr, ihr kriegt das hin, dass ich hochgehen kann? Pass auf, ihr seid doch jetzt, ihr seid doch jetzt in meinem Balkon drin, richtig? Genau. Bambi? Bambi, vor dem Haus, ihr läuft ins Haus rein, zum Roten. Ja, ist doch, jetzt. Okay, pass. Ich bin hungry, Rot. Pass auf. Hat einer selbst? Könnt ihr mich saven? Könnt ihr mich? Pass auf, ich lege. Ich bin vor dem Haus. Ich lege, ich lege eine Dose, eine Dose liegt in der Schule. Pass auf. Und zwei Dosen liegen in der Schule. Pass auf. Könnt ihr, nein, jetzt nicht bitte. Könnt ihr kurz rotes Haus decken? Ich würde jetzt die Schule hochgehen. Ganz hoch aus dem Dach. Dann kann der mich aber abknallen. Ich brauche Cover von euch, dass ihr die Rückseite vom roten Haus hinkriegt. Okay? Die Rückseite, das heißt die Fenster oder was? Das heißt, wenn die zur Schule schießen würden, habt ihr da so Pässefeuer drauf. Ich würde dann jetzt hochgehen. Darf ich? Warte, ich gehe den Balkon hoch. Kannst du gerade mal unten hängen? Alex, kannst du, Alex, kannst du um zu... Ich bin vor, ich bin vor der Tür. Gut, kannst du da jetzt mal Stunk machen gleich, wenn die sagen, sie covern? Jo. Also, pass auf, du machst dann die Tür auf und schießt einfach nur ein bisschen gegen eine Treppe. So, ein, zwei Schuss, das reicht schon. Und dann... Ich glaube, hier sind alle tot, glaube ich. Nein, da oben sind noch welche. Da oben, hallo! Da oben sind welche, ich sehe da doch. Bin ich blöd. Bist auf mich, ja? Kann ich in das rote Haus gucken, das heißt, kann ich wirklich helfen. Also nicht, schade. Ich sehe da auch nicht viel, ich wüsste nicht, wo die da sind. Ja, es reicht ja, wenn es schon zu Pirschen... Machst du Wüste und Krach, Alex? Ja, ich mag Krach. Achso, weil, ja. Ich könnte da jetzt hochgehen. Soll ich oder soll ich nicht? Der ist... Soll ich einfach hinter das rote Haus Tür reinpushen? Hä? Der ist... Der ist, wenn ich da hingucke, rechtes Fenster. Soll ich jetzt da hoch oder nicht? Okay, sehe. Kann ich jetzt hoch? Und ihr macht einfach, wenn... Mach ich das jetzt einfach, ich kriege keine Rückinfo. Ja, okay, schieße gerade. Okay, weiter schieße, weiter schieße, weiter schieße, weiter schieße. Okay, bin safe, danke. Danke, 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 hat gut geklappt. Okay, pass auf. Meine Dosen sind im obersten Stockwerk, wenn du die Treppe hochkommst. Du musst ja eben hier die Zombies killen, Jungs. Ja, ja. Erstmal durch, bitte. Fangen wir rot. Hier, jetzt komme ich in die Schule rein. Warte. Oder ich nehme meinen von Japp, warte, ich schieße. Ja, vorbere. Okay, ich habe eine super Position, es leben noch drei Leute. Okay, Moment, ich muss nachladen. Wer hat der gerade an der Karte geschossen? Ich. Okay. Erste Etage. Und die Dosen? Zweiter tot. Ja. Weil alle tot. Echt nice, Mann. Ich bin jetzt, ich komme jetzt. Ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ja, ganz zu spähen. Warte mal, lass mich. Dann kannst du es ja hochgehen, lass mich. So, nee, du gehst hoch, du spürst mir. Wenn frei ist, gehe ich hoch. So, warte. Da lag ganz viel Dud links, aber kein Spieler. Okay. Hier liegt eine Auge. Okay, ich komme hoch, ja. Warte ganz kurz. Hier liegt auch eine Waffe, hier liegt auch eine Auge, unten rechts. Nichts. Woho! Ach, ja, meine Fresse, ey. Der ist rausgelaufen. Ja, nee, erst bist du oben und dann willst du unten die Auge looten und dann... Na ja, egal. Natürlich, aber an dem bist du auch vorbeigelatscht. Oh Gott. Puh, das war knapp. Ich bin mir nicht angezeigt. Ja, kein Problem. Das war knapp. Okay, ich mach das. Hö, zu. Ich muss auf jeden Fall hier vorne direkt was trinken. Ja, ja, dann los. Gehen Sie ins Elektro-Haus rein? Ja. Ich muss nach ihm trinken. Ich decke. Okay. Wir gehen rein ins Elektro-Haus. Oh, Schüsse. Schüsse. Ja. Also aus dem Haus raus, die du hörst. Ja. Wir machen jetzt den Sniper, komm. Ich hab auch ne Sniper, ne? Achso, ja gut, dann mach was du meinst. Ich renne dann weg und mach den Sniper. Du mir eben erklärt hast, da liegt der mit AKM in der Hand. Schön, dass du so viel redet. Ich hab ihn jetzt verloren. Mein Mann. Ich kann nichts ansagen. Also ich bin tot. Ja. Ich auch. Du jetzt von unten. Oh, hier hitte ihn auch. Der war direkt bei dir. Kein paar Meter entfernt. Alter, überwürdig ist doch ein Winchester-Typ. Hier liegen zwei tot. Ja, der eine ganz schwarz bin ich. Einmal du. und dann auf deiner Höhe über dem Feldweg ein anderer. Auch Auch Winchester, Winchester, könnt ihr jetzt mal, könnt ihr kommen? Ja, ich bin so eine Schicksbahn. Äh, ne, die, die unten sind. Ich bin nur noch eins, die überlebt. Ja, kannst du kommen oder nicht? Um willst du kommen? Soll ich mich ja nicht hier umbringen, ja, ne? Der ist ja im Ration über mir ein. Ja, der ist okay. Wenn ich sogar zwei. Ungefähr Stromhaus gewesen sein, meine ich. Ja, ich hab' den gesehen. Der ist aber Richtung Berg gelaufen. Ein Stück. Und dann hab' ich ihn hinterm Baum verloren. Kann ich sagen, ob an den Heuballen hochläuft oder nicht? Ne, Herrscher, all der Zeit, das war ein Zombie. Hier, die Winchester die ganze Zeit schießt. Die Winchester die ganze Zeit schießt, das ist die Person, die die Beine abgeknallt hat. Ne, einer war hinter uns mit der AK. Oberhalb-Berenzino. Oh, sehr schön. Du weißt ja, wo deine Leiche Gliederkatz hinlaufen. Oh, ja, sterb. Uh. Ich hab' die Spawn. Einen sehe ich, aber ich weiß nicht, ob das der Typ ist, der mit Winchester schießt. Da müssen eigentlich noch die Sniper liegen. Geht immer noch welche da oberhalb fliegen? Ja. Ich bin oberhalb. Soll ich dann mal langlaufen? Okay, im Wald. Ich bin im ersten, ich bin im Kehlenwald. Da oben ist auch einer. Ich weiß jetzt halt nicht. Wo der jetzt ist, ne? Kann mir einer irgendwas spotten? Ich momentan nicht. Kann als Bombi hinlaufen, wenn du willst. Ja, mach doch mal bitte. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Okay, im Kehlenwald, erste Waldspitze, sagt dir das was? Ja, unten sind wir bei mir spielen. Werd ich finden. Auch da mal hin. Also ich bin komplett grau. Hab ihn doch. Ja, ich hab' den Schuss gehört. Komm, bitte schnell hin, da kannst du luden. Helm, äh, Waldspitze unten. Wo den anderen erledigt hast. Ja, erster, ja, okay. Die andere Seite. Welche andere Seite? Da, wo du geludet hast. Nee, links, ne. Rennst du was Feld? Rennst du was Feld? Ja, ich renne jetzt übers Feld mit dem Helm. Ich hab'n Helm auf. Helm. Schön, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ja, gut. Also du hast'n Helm. Gut, alles was ich sehe und kein Helm hat, ist Feind. Gut. Genau. Läuft jetzt runter. Ja, ich seh' ihn. Der rennt aber auch übers Feld, ne? Ja, ja, der ist jetzt runtergelaufen. Der läuft halt runter. Der ist in der dritten Waldzunge. Der ist in der dritten Waldzunge ganz vorne. Genau. Er ist am Busch, richtig? Steht der am Busch? Ja, genau. Nee, hier bin ich. Das bin ich. Mach' mal QE. Mach' mal QE. QE, wenn du das bist. Drehst du dich doof im Kreis? Nein. Ja, dann ist er das doch vorne. Dritte Waldzunge, nach wie vor. Okay, jetzt. Dritte Waldzunge. Du warst in der ersten. Oh, fuck, fuck, fuck. Der guckt auf mich. Kannst du mal von der Seite jetzt was machen? Ja, nein, vielleicht. Infos jetzt. Ja, danke. Gut gemacht. Genau im richtigen Moment. Nice. Guter Schuss. Okay, das war der, ne? Darf ich... Darf ich mich kurz... Ich komm jetzt auf dich. Ja, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr auch gerne auf Facebook, Twitch und Twitter folgen. Auf Twitch haben wir auch eine Webcam. Also, wenn ihr da mal Lust drauf habt, einfach mal einschalten. Dann streamen wir live hier für euch. Daisy. Ja, in diesem Sinne. Bis dahin. Euer Toaster. Auf ihn. Beide tot? Fragezeichen. Nee, nee, nee. Der andere lebt noch. Oder hinter dir. Okay, ja, ich seh. Ambush kann ich schießen. Muss nachlassen. Bis dahin.